Hallo und willkommen zu meinem zweiten Wunschvideo. Ja, was wünsche ich mir sonst noch? Also ich wünsche mir zur Zeit wieder ein bisschen mehr Energie, weil ich fühle mich so was von schlapp. Und ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Energie zur Verfügung zu haben für Dinge, die mir wichtig sind oder eben auch irgendwelche Sachen, die zum Beispiel einfach gemacht werden müssten. Und ja, und auch ein bisschen mehr Motivation in dem, was ich tue, weil ich fühle mich zur Zeit einfach oft... Und ich habe oft so dieses Problem, dass ich einfach gerade nur im Bett liegen möchte. Aber das ist so bei mir eigentlich so eine typische Sommersache. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass ich vielleicht diesen Sommer ein bisschen mehr Energie habe als sonst. Und ja, und falls ich Energie habe und Kraft kommen, vielleicht auch hier so ein paar Bonus-Videos. Kann ja sein. Und das würde mich dann schon auch freuen, wenn das funktioniert oder wenn ich das machen kann. Aber ich möchte da nichts versprechen, weil ja, wie gesagt, ist bei mir gerade so energiemäßig kurz vor... Kurz vor, Akku ist komplett leer. Ich habe schon die 20% Anzahl geständig. Ja gut, das ist dann mein zweiter Wunsch. Wir sehen uns dann beim am 6. груnchen Wunsch. Bis bald! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüht!